Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar Chili Snow. Ja, es gibt kein einfaches Menü. Es fängt eigentlich sofort von vorne an, wenn man drauf tippt. Wie sind dieser Ball oder Schneekugel, bunte Schneekugel oder... Keine Ahnung. Und wir müssen hier... Den Berg runter, so weit wie es geht nur. Ach Mist. Also der Berg hat natürlich kein Ende in dem Spiel, aber man muss halt so viele Heißgots schaffen, wie man kann. Ich habe schon mal durchgespielt. Mein Bestes war 8004. Fragt mich nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ah, okay. Fragt mich nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich bin eigentlich gottenschlicht in dem Spiel. So, ja. Gut, nein! So. Hier... Oh! Au! Das muss wir getun haben, ja. Wir getun haben? Wir getan haben, natürlich. Ich versuche jetzt ordentlich zu fahren und am besten nicht zwischen die Bäume zu fahren, weil das ist sehr problematisch. Ich dachte, ich fahre dazu. Ich muss mich echt entschuldigen dafür, weil es ist wirklich... Ich kann das Spiel nicht. Nein, also ich kann es schon. Nur im Moment. Ist ja... Was ist das? Im einen Moment kann ich so dicht durch den Baum durchfahren und in dem anderen Moment gar nicht, oder was? Das ist schon ein bisschen komisch hier. Äh. Oh, siehst du schon wieder? Ich bin durchgefahren. Und der sagt einfach, oh, das war super. So. Wir switchen einmal hier so lang. Ich bin durchgefahren. Yeah! Man kann sich auch das Designing aussuchen nach bestimmten... Nein, danke. Bestimmten Laufzeiten kriegt man sowas. Zum Beispiel Spiele 200 Spiele. Dann kriege ich das als Hintergrundbild. 200 Spiele, sind die verrückt? Obwohl, ich bin schon bei 72. Spiele 7 Tage in Folge, das schaffe ich niemals. Benutze 10 Chancen. Eine habe ich schon mal benutzt. Schalte 10 Skins frei. Und erziele mindestens 500 Punkte. Habe ich doch. Habe ich das jetzt als Hintergrund? Jo, aber ich muss sagen, ich finde es im Weiß schöner. Also von den Farben her, weil das war so pink und türkis und das türkis geht bei dieser Farbe so ein bisschen unter. Das werde ich nochmal zurück ändern. Wunderschön. Die Fichten können wir ändern in dunkelgrün. Ich glaube es gibt auch, ah ne, pink noch nicht. Erziele mindestens 2. Schwarz können wir machen. Wir 100 Spiele, nein. Obwohl das, oh, das könnte man sogar schaffen. Wischen über 30 Fichten in einem einzelnen Fehlspiel. Und wer gibt Werbung an sich? Oh, ne, wir bleiben hier. Und dann gibt es Spelle wie, so türkis, blau, grün, nicht. Halt. Pink, das, was ich habe. Erziele ein perfektes 30. Schwarz könnten wir nehmen. Wir könnten grün nehmen. Mindestens 100 Punkte in 2 Chancen. Komm morgen wieder. Und über 1000 Fichten insgesamt. Oh, das machen wir uns heute zum Ziel. Diese 1000 zu knappen. Das heißt, wir brauchen noch 130. 130 Fichten. Zählen wir doch mal alle mit. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4. Okay. So, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wer mitzählt, sagt mir irgendwann, kann ja in die schreiben, wann ich irgendwann so viel erzählt habe. Warum habe ich eigentlich grün? Ich will wieder mein pinkes haben. Oh, wir sind fast bei 900. Also, schnell geht es auf jeden Fall. So. Yay. Okay. Äh, hier lang, darüber, hier durch. Oh Gott. Oh, ich habe mich erschreckt, ey. Dann denkt man, scheiße, ich habe es voll vermasselt. Und dann hat man es gar nicht vermasselt. Und im nächsten Moment, also dann realisiert man das und dann fährt man gegen den Baum. Und dann denkt man so, oh. Ja. Genau, das denkt man sich dann. Och, Mann. Warum kann ich, wenn ich offline spiele, bin ich viel besser. Gut, komm. Diesmal. Oh. Diesmal schaffen wir das. Ja. So ist gut. 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 Wir sind bei 300. Ich glaube, das haben wir in dieser Runde noch gar nicht geschafft. Komm schon. Das ist... Nein! Wir erschaffen es nicht über die 1000. Ach, Mann. Aber wie viele Fichten haben wir denn jetzt? Ach, ja. 10 noch so um die 70. Ja, das können wir doch... Das schaffen wir. Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich lasse es wirklich mitzählen. Oh, Gott. Ah! Huh! Oh. Okay, hier lang, darüber... Ah! Nein! Warum steht da ein Baum? Ah, 50 noch. Warum steht da ein Baum? Was ist, wenn man alles auf die gleiche Farbe macht? Also, wenn wir das hier jetzt fertig machen, dann haben wir ja den orangen Ball. Wenn wir den Hintergrund orange machen und dann gucken wir uns ein Video an für die Bäume, haben wir dann... Können wir dann überhaupt noch was sehen? Also, so... Sind da schon Farbunterschiede oder wird das dann richtig schwierig, wenn man das so macht? Weil ich finde diese Farbe ja richtig schön, weil es so türkis, pink aus weißem Hintergrund... Oh, und wir haben ihn freigeschaltet. Gut. Äh, das will ich jetzt wissen. Ach, das geht ja eigentlich. Ich dachte, das wäre schlimmer. Ich dachte, ein bisschen geruckelt eben gerade. So. Ne, das ist wirklich... Sieht so ein bisschen herbstmäßig aus. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Mein Bestes ist ja auch 268. Es ist nachts. Und wir fahren nachts den Berg hinunter. Und nachts stehen auch die Bäume. Die sind auch nicht nach Hause gegangen. Und das ist so hart schwierig. Also die Bäume kannst du schon so ein bisschen sehen, aber wenn du schon so eine Person bist wie ich, die es nicht mal über tausend schafft während deiner Aufnahme ähm... tagsüber. Wie soll ich denn da über hundert schaffen? Nachts? Obwohl, wenn das ist ja einfach eigentlich, oder? Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr denkt, ob ich jetzt über hundert... Aha! Noch dieses Rennen. Wir waren bei 62, also ich bin zuversichtlich dabei. Und ob wir jemals diesen Highscore knacken werden von zwei... Warte mal, wir sind... Ich hab'n Lauf, ich hab'n Lauf, ich hab'n Lauf. Ah! Oh nein! Ah! Mann! Wir wären fast über die tausend! Nein! Krass! Wir wären fast über die tausend! Ich bin so voll am Labern, sagst du, ja schaffen wir was über die hundert, sind schon über zweihundert, über dreihundert. Ich irgendwann, ja, hm, über hundert ist doch eigentlich gar nicht schwer, guck da hin! Oh! Äh, ja, sind schon bei zweihundert noch irgendwas, denkst du dir auch so? äh, okay. Ja! Ich muss einfach nur labern und mich nicht konzentrieren, einfach nur tippen. Dann komm' ich richtig weit. Wir haben's über die tausend! Ah! Okay, konzentrieren und reden. Ich, ich rede. Ähm, das Wetter draußen geht so. Also es ist irgendwie Frost irgendwie, aber irgendwie, es fällt auch kein Schnee, sondern regnet und, ja! Drei tausend drei hundert! Ja, neue Bestleistung! Krieg ich das dafür? Krieg ich was dafür? Nein. Okay. Schade. So, wir tippen einfach mal hier weiter. Ich brenne! Ich bin König des Berges! Ich brenne! Der Berg gehört mir! Chili Snowmeister und, unhaltbar, unhaltbar, Wow! Ich bin König des Berges! Unhaltbar, unhaltbar, Chili Snowmeister und, wow, ich brenne! Tausend vier hundert! Ich darf einfach, ich darf mich einfach nicht konzentrieren! Ich tippe! Okay, ich mach das jetzt mal blind! Und ihr müsst mir sagen, wenn ich irgendwie, wieder von vorne, also wenn ich, ich gucke nicht hin! Ich hab die Augen zu! Ich gucke weg! Ah, ich gucke weg! Ich gucke weg! Ah! Ich gucke mal hin! 437! Was? Okay, ich gucke wieder weg! Ich gucke mein Zimmer rum, das auch mal wieder aufgeräumt werden müsste! Draußen sieht es, äh, schön weiß aus! Ähm, die Decke sieht wunderbar aus! Ähm, ich hab hier eine schöne Tafel, da hab ich noch nichts draufgeschrieben, das ist meine To-Do-Liste! Also, da könnte ich mein Zimmer, äh, Zimmer aufräumen, ähm, mal hinschreiben! Das wäre schon irgendwie, äh, sinnvoll! Und, äh, ich gucke gerade nur die weiße Wand an! Warte, ich gucke jetzt mal hin! Ui! Äh, ja, also ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, ich hab eben gerade geguckt, dass ich wieder neu angefangen habe, bin jetzt bei 200 und bin tot! Also, äh, ich gucke mal, was ich da... Oh! Ah! Spiele, 100 Spiele! Wir haben, wir haben ihn freigesetzt! Dann den hier? Können wir den schon? Nur zu 10, 10 Chancen? Och Mann! Aber das sieht bestimmt auch... War das... Alter, sieht das geil aus! Ähm, ja, ich würde dann einfach mal schätzen und sagen, das war's mit dem Video! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ich hoffe, das tut jetzt nicht in den Augen weh, wenn ihr das irgendwie im Dunkeln guckt, weil ich das so schnell gezwitscht habe! Ähm, und ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das toll fandet! Und, äh, oh! Äh, ja, und dann tschüss! Bis zum nächsten Mal! Schaffe ich das noch schneller? Schaffe ich das noch schneller? Komm schon! Komm schon! Ja! Ja! 400? Ja! Das ging rein! Komm! Komm, komm! Danach, danach mach ich aus! Danach mach ich aus! Komm schon! Nein! Okay! Tschüss!